Silke Hubrich – Psychische Gewalt in der Kita Gesprochen von Ursula Berlinghof und Klaus Fester Aus der Reihe Die schnelle Hilfe – Die kleinen Hefte als Hörbücher Ein paar Worte vorab Psychische Gewalt kommt in jeder Kita vor. In sehr vielen Kitas gehen gewalttätige Handlungen gegen Kinder von pädagogischen Fachkräften aus. In diesem Hörbuch geht es nicht um die körperliche Art der Gewalt, sondern um psychische Gewalt gegen Kinder in Kitas. Diese ist weit verbreitet und wird oftmals gar nicht als solche identifiziert. Kinder werden mit Worten oder auch Taten bloßgestellt, gekränkt, beleidigt, verunsichert etc., wodurch ihre Psyche Schaden nimmt. Die meisten Fälle psychischer Gewalt in der Kita entstehen unbewusst, aus einer normalen, gestressten, alltäglichen Situation heraus. Bist du mit deinen fünf Jahren noch immer ein Baby und kannst dir die Schuhe nicht allein anziehen? Oder Deine Eltern sollen dir erst einmal eine vernünftige Regenhose kaufen, bevor sie sich so ein dickes Auto anschaffen. Können Beispiele sein. Dem Erzieher oder der Erzieherin platzt der Kragen und er oder sie brüllt die Kinder an, weil diese zu laut sind, den Aufforderungen nicht nachkommen oder den Erwartungen nicht entsprechen. Kinder sind mit solchen Situationen überfordert und erschrocken über diese Gefühlsausbrüche. Diese und ähnliche pädagogische Fehlverhalten sind strafrechtlich nicht relevant. Dennoch sind sie im Umgang mit Kindern unangebracht und schädigen sie. Hier müssen Konsequenzen folgen und Maßnahmen eingeleitet werden, die eine Wahrscheinlichkeit der Wiederholung vermeiden. Jedes Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Die Kita muss ein sicherer, entwicklungsfördernder Ort für alle Kinder sein, an dem die körperliche und psychische Unversehrtheit eines jeden Kindes an erster Stelle steht. Dieses Hörbuch soll dabei helfen, pädagogische Fachkräfte für psychische Gewalt zu sensibilisieren und sowohl das eigene Verhalten als auch das der Kollegen und Kolleginnen zu reflektieren. Psychische Gewalt muss als solche wahrgenommen werden. Erst dann besteht die Möglichkeit, sie zu stoppen. Pädagogische Fachkräfte sollten alles dafür tun, um psychische Gewalt im Vorfeld zu verhindern. In diesem Hörbuch erfahren Sie, was psychische Gewalt ist, welche Situationen zu psychischer Gewalt gehören und welche Formen von Gewalt es grundsätzlich gibt. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Folgen Gewaltausübung auf Kinder haben kann. Anschließend gebe ich Ihnen einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten, die Sie als Fachkraft zum Umgang mit psychischer Gewaltausübung haben und welche Präventivmaßnahmen Gewalt verhindern können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich mit dem Thema psychische Gewalt auseinandersetzen und hoffe, dass Sie und alle, mit denen Sie nach dem Hören dieses Hörbuchs darüber sprechen, ein kleines Stück sensibler geworden sind. Sie hörten eine Hörprobe aus Psychische Gewalt in der Kita Aus der Reihe Die schnelle Hilfe Die kleinen Hefte als Hörbücher Von Silke Hubrich Gesprochen von Ursula Berlinghof Und Klaus Fester Copyright der Buchausgabe 2022 Verlag an der Ruhr Copyright der Audiofassung 2022 CC Live München Weitere Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet Auf der Verlagswebsite www.cclive.de Untertitelung des ZDF, 2020